Moin Moin und Herzlich Willkommen liebe Leute! Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Let's bei NS17 auf seinem frisischen Arsch-Map mit dem brüllenden Rettler also gerade unterwegs und da es ja auch gerne gewünscht wurde in den Kommentaren macht doch mal diesen Strohhaufen weg machen wir jetzt diesen kleinen Strohhaufen hier weg. Ihr habt ja recht. Ist ja auch kein schöner Anblick hier die ganze Zeit. Aber kriege ich so gar nicht weggekratzt. Da muss ich noch ein bisschen weiter rüber fahren. So. Kommen wir mit dem eigentlich hier rein? Oder ist das jetzt so typisch? Geht gerade so. Dann können wir auch hier gleich einmal schnell mal den Dreckbereich säubern. So. Kühe erschrecken sich. Guck mal ganz praktisch. Das konnten sie noch gebrauchen. Große Nachfrage bei Strohgras verkauft für Holt-Panets. Ja guck mal das kennen wir schon das Thema. Aber wir haben echt ein bisschen was verloren. Haut ab. Ich muss hier einmal sauber schieben. Hier ist die Up-Kit-Platte. Da muss man mal hochsetzen. Dann geht es aber auch weiter wie man sieht. Gar kein Ding. Perfekt. Ich weiß hinten ist jetzt noch ein kleiner Rand. Ups. Das ist jetzt gar nicht so perfekt. Ich fahr die erst ein Stück raus. Fahr dann wieder rein. Ich versuche das hier im Trog loszuwerden. So. Wir werden den Dolz da so blöd hingestellt. Aber ich komme ja gerade noch dran vorbei. Also eigentlich müssen wir das, ich sag mal Anfang der Woche habe ich mal gesagt, das wird eine Mist- und Gülle-Woche. Eigentlich müssen wir das jetzt auch so beenden. Also jetzt kommen wir nie dazu und holen das hier nie weg. Und da war noch so viel Zeugs. Lass uns doch einfach nochmal versuchen, den geschickten Kursplay aufzuzeigen. Dafür krieg ich zwar eh nicht hin bestimmt. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder was? Also der hier kann erstmal weg. Ich weiß gar nicht. Kann dann Gülle dann eigentlich beim Klärwerk auch loswerden? Macht er das automatisiert oder nicht? Ich fahr den jetzt erst weg, weil der steht hier schon so lange rum. Auch zum Klärwerk. Ordentlich ein Schwung Gülle. Da müssen wir auch relativ vorsichtig einfahren, weil der schiebt einfach. Und ich glaube, Dolly, die wir hier genommen haben, ist auch nicht so geeignet. Ich weiß, auch dieser Traktor brüllt ganz schön in der Aufnahme. Ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich. Da macht es schon Spaß zu fahren. Ich finde es gut. Es ist ein bisschen langsam. Weil wir irgendwie die ganze Zeit schon mittlerweile so 60 kmh gewöhnt sind. Wo es natürlich auch ein bisschen übertrieben ist. So, der müsste abbiegen, oder? Ja. Dann wird so typisch, ne? Wenn man jetzt hier so einen Kurs macht, mit dem Ding von wegen Pausepunkt. Alter. Ich glaube, ich muss einen anderen nehmen. Der schmiert einfach viel zu. Ihr seht, der driftet einfach nur. So, nur mal ordentlich Gülle reinhauen hier. Kann sein, dass hier ein Pausepunkt rein muss. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Dann kann ich es auch mal ordentlich machen demnächst. Ist ja ein Flüssigkeitstransport, ne? Und Flüssigkeitstransporte in Sachen Wasser brauchen Pausepunkt. Also würde ich auch mal vermuten, dass der auch einen braucht. Wasser. Wir haben sogar 171.000 Wasser hier. Das könnten wir alle schön am Wasserverkauf dann mal verkaufen. Oder eben auch für die Tiere nutzen. Oder für die Fabriken viel mehr, ne? Ich glaube trotzdem, dass wir den mal austauschen, weil der ist ein bisschen schwammig. Obwohl der natürlich auch die Power hat so ein Fass zu ziehen. Naja. Ich weiß es noch nicht. Oh, unser Raps blüht schon. Ich mag das. Ich freue mich, wenn wir so viel Raps haben irgendwo, ne? Und die Pappeln wachsen auch. Also irgendwann werden wir noch Pappeln häckseln. Aber wahrscheinlich erst nach der kompletten Ernte, weil Pappeln wachsen ja nicht so schnell. Ich sehe immer noch nicht, dass der Handwerker was gemacht hat, Leute. Das ist ein bisschen blöd. Obwohl es in der Safecam ja drin ist. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich weiß, dass wir jetzt auch ein bisschen blöden Kurs hier eingefahren sind. So, ich werde hier wieder in die Park Position bis zum Auffüllpunkt hier. So reicht das noch nicht. Bin ich ein bisschen zu weit gefahren oder ein bisschen zu wenig? Oder ist hier auch irgendwas komisch in den Einstellungen neuerdings? Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu weit weg. Aber mit dem jetzt da ranzukommen ist natürlich echt schwierig. Ich muss mal die Allradlängung ausmachen. Ich hätte ja auch geschrieben, dass es nur für die Lenkung ist, gar nicht für den Antrieb. Der hat eh Allrad Antriebe. Kann man den doch doch ein bisschen besser händeln. Muss besser steuern. Hä? So, ich krieg's nicht aufgefüllt. Ja, ich weiß warum. Ich bin ein Dolly-Menü. Ich sag, es ist zu warm. Es war klar, es ist zu warm heute. Schön blöd. So. So. Mit dem müsste man jetzt theoretisch einen kleinen Rundkurs oder irgendwie sowas machen, ne? Können den auch anders fahren lassen. Beladen am Startpunkt wäre das dann. Passt nicht. Passt auch nicht. Da muss der Rad leider ein Stück nach vorne fahren. Auf jeden Fall nochmal. Wo ist eigentlich der andere große abgeblieben jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich werde noch auf diesem anderen Misttransporter. Hängt ja noch irgendwo bei der Biowassernlage. Vom letzten Mal. Bevor wir es richtig gemacht haben. So. Also kurz auf deinem Beginn. Ich weiß auch nicht warum wir jetzt auf der linken Seite raus fahren. Normal sollte man sich hier eine klare Richtung vorgeben. Wo fährt man rein? Wo fährt man raus? Sonst wird es früher oder später immer zu Komplikationen kommen. Dann müssen wir den gleich abkoppeln kurz. Dann machen wir wahrscheinlich die Aufnahme ersetzt. Hier ganz großes Kino bei mir. Meistens kriege ich es ja auch nicht hin. Dann wird er jetzt hinfahren. Und dann den abkoppeln. Mit dem Traktor komplett rückwärts ran fahren. Und dann auf ein Stück wieder raus fahren. Dann auf Pause gehen. Den Anhänger wieder organisieren. Auskippen und so weiter. An die richtige Stelle fahren und weiter aufnehmen. Das funktioniert. Dann sei mal dahingestellt. Warte mal Pause. Also nicht hier Pause, sondern Pause. Weil ich habe den Anhänger doch jetzt schon viel zu weit mitgenommen. Ich kann jetzt gar nicht mehr richtig rückwärts ran stoppen. Das ist doch echt dämlich manchmal. So. Und jetzt fahren wir hier weiter. Fahren wir da wieder so halbwegs hin. Machen wir da weiter aufnehmen. Ansonsten jetzt hier gleich den nächsten Punkt wahrscheinlich. Oder nicht. Macht hier auf rückwärts. Ach stimmt. Das funktioniert doch alles nicht. Dann fangen wir hier einmal schön ran. Machen wir ihn wieder auf vorwärts. Wir wollen dann hier ziemlich eng wieder rum, damit wir da natürlich an der Leitplange wieder vorbeikommen. Und hier machen wir dann wieder auf Pause. Das funktioniert ja nie. Wenn er aber funktioniert, dann können wir so unseren Mist richtig praktisch loswerden. Müssen wir nur noch am Hof befüllen. Und da bringen wir uns das ganze weg. Und ich glaube wir kriegen nicht ganz so schnell Mist rangekraten, wie der Komposter das verarbeitet. 4,9 Millionen. Also die 5 Millionen haben wir angeknackt. Wir haben fast noch was ich jetzt auch gerade geknackt habe in der heutigen Aufnahmesession. 300, ca. 300 Spielstunden hier in einem Single Let's Play. Ups. Jetzt schon ein bisschen drüber. 300 Stunden und 42 Minuten. Oh ne, ich wollte ja sagen, das ist so ein blöder Anhänger, der kriegt den Punkt nicht. Doch, kriegt er. Hör mal rein damit. Mist, haben wir genug. Mehr als das. So, sollen wir Wetten abschließen, ob dieser Kurs funktioniert oder nicht? Ich bin ja noch vor Hoffnung, aber ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert. Pause wieder raus. Weiter geht's. Wieder zurück zum Hof. Vielleicht funktioniert das zumindest ein Teil davon. Ich kann sagen, unsere Felder sind schon reif hier. Raps, Raps oder was. Aber das sind gar nicht unsere. Acht und neun. Schade eigentlich. Können wir uns eigentlich beide kaufen. In der letzten Folge Alice 17 mache ich dann nochmal die Feldpreise auf Feld 45 auf 0. und dann können wir das auch kaufen. Ne, ich weiß noch nicht. Wir lassen das erstmal, ne? Eigentlich müssen wir uns das wirklich verdienen. Dann kann man wirklich sagen, jo, das ist jetzt ja eh schon günstiger geworden, ne? Also dieser Kurs ist nur für ein Fahrzeug geeignet bei den ganzen Überschneidungen, die wir hier drin haben. So, wollen wir mal so machen. Ich speichere das einfach schon mal vorsorgehalber. Plan am Startpunkt und zwar mit Mist. Mist. Mal fahr reinstellen. Ähm, ok. Also, er fährt schon mal einfach weg, ne? Weil da kein Trigger ist, oder was? Warum macht er das? Oder muss er ein Stoppzeichen anhalten? Ja, da muss ich nicht am ersten Wegpunkt, sondern am naheliegendsten Wegpunkt mal einstellen. Ja. Ok. Weiß ich das auch. Habe ich noch, Tom, Tom, noch wieder was gelernt. Also, die machen wir jetzt noch hier. Dann bin ich sowieso gespannt, in der morgenen Folge, ach, den haben wir schon voll gemacht. Dann schicken wir den Fortuna los. Ihr wisst es schon, jetzt wird bestimmt auch schon in den Kommentaren geschrieben, nein, so geht das nicht. Aber da kann ich erst morgen drauf reagieren. Vielleicht nicht übermorgen, ne? Wahrscheinlich erst Montag. Aber versuchen wir aber das morgen. Wir haben ja noch so viel weg zu schaufeln, das nützt ja nichts. Das muss einfach auch echt mal leer sein. Bei 800 Kühen produzieren wir natürlich auch massig Mist. Auch das, glaube ich, könnte man mit Postplay hier machen, oder? Mit Radladerbefüllung. Und dann voll das fährt er los. Also, für diejenigen, die es können. Ja. Wenn das auch noch funktionieren würde, Radlader hier voll machen, so hinstellen, abkippen. Das wäre ganz, ganz großes Kino. So, liebe Leute, dann kommen wir aber wieder zum Ende der heutigen Folge. Generell zum Ende vom Samstag hier. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstagabend. Ich werde heute Abend zeitlich nicht streamen können. Da kommen wir nicht zu. Aber gestern Abend war ja streamen, habt ihr ja gesehen. Oder zumindest einige haben es bestimmt gesehen. Und ansonsten sage ich wieder vielen, vielen Dank für alle Bestellungen im Ver-Action-Fanshop. Wer noch kein Merchendising organisiert hat, dann natürlich schlagt gerne zu. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinschaltet. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Und ja, genau. Schauen wir uns morgen Abend noch die beiden Kursper Kurse, die wir hier aufgenommen haben, halbwegs funktionieren. Ich bin gespannt. Bis dann. Und Tschüss.